beng hallo leute hallo youtube ein neues 360 grad video wird gerade gedreht oder ist am start und zwar habe ich mir mal den südlichen central park vorgenommen und gehen mit euch mal so ein paar schöne ecken ab und das mit original ton und vielleicht auch mit musik muss ich gucken wie das mit dem wind ist werden wir sehen am ende des tages weiß ich ja dass er diese videos wirklich sehr gerne habt ihr könnt euch selbst umschauen und auch jetzt hier wieder hier vor der billionaires row und gehe jetzt runter zum pond von da ausland sheep meadows navy terrace bose bridge ja und dann vielleicht hinten um der lake rum und dann wieder zurück eine kleine tour vielleicht 30 40 minuten lang für euch einfach ein bisschen new york wieder 360 grad zum exploring also genießt es viel spaß dabei die die das die 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Let's get out of here Up, up and away Up and away Up and away Up and away I know that you are having a hard time right now That everything seems to crumble around you I know that you feel all alone in this world But you have to put your trust into us And we will help you through Cause we only want what's best What's best for you I know that you are having trouble Believing right now That everything is gonna be It's gonna be alright I know that you feel all alone in this world But you have to put your trust into us And we will help you through Cause we only want what's best What is best for you If we don't care If you don't care We will help you through If you don't care Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschaui. Ach ja, bevor ich es vergesse. Wer mir einen Kaffee oder ein Bier oder ein Kaltgetränk ausgeben möchte nach dem Barock hier, der kann das mit der YouTube-Sense-Funktion machen. Also. Macht's gut. Ciao.